Hallo, willkommen zum fünften Teil der Serie Grundklang der C++ Programmierung mit QT. Heute in der Extreme Edition bei 34 Grad Außentemperatur. Unser Programm ist inzwischen komplett. Der Quellcode ist wie immer in der Beschreibung verlinkt. Das Programm selber besteht jetzt aus der Anzeige der Menge, wie gehabt. Zusätzlich ein Panel, in dem ich die Koordinaten eingeben und editieren kann. Sowie die Iterationstiefe. Sowie habe ich die Möglichkeit die Berechnung neu zu starten bzw. zurückzusetzen auf die Startwerte. Es gibt ein Pulldown-Menü, wo ich die Möglichkeit habe die aktuelle Menge als PNG-Grafik zu speichern. Sowie die aktuell eingestellten Koordinaten laden und speichern kann. Und als besonderes Feature, ich kann jetzt mit einem Doppelklick in die Menge reinzoomen. Man sieht, dass oberhalb der Menge der Mauscursor zum Fadenkreuz wird, während er im Editorbereich der normale Mauscursor ist. Hier ist es halt das Fadenkreuz. Wenn ich jetzt auf einen Punkt doppelt klicke, vergrößere ich den Bereich um 50%. Und kann hier beliebig weiter zoomen. Zum Beispiel auf den Teil. Und ich sehe jetzt auch, dass die Auflösung immer geringer wird, weil die Anzahl der Iterationen ist auf 256 eingestellt. Je weiter ich in die Menge reinzoome, umso sinnvoller ist es, die Anzahl der Iterationen zu erhöhen. Ich wähle jetzt hier als Beispiel mal 1024. Wenn ich jetzt die Berechnung neu starte, sehe ich, dass das Fraktal hier wieder genauer wird. Dafür verändert sich natürlich auch die Rechenleistung. Je größer die Iterationsanzahl ist, umso stärker ist die Rechenleistung, bzw. benötigt die Rechenleistung. Wie gesagt, zum Speichern des Fraktals, sage ich als PNG speichern. Wähle den Dateinamen. Ich nehme es mal so, wie es ist. Er speichert es als PNG-Datei. Hier ist meine Grafik. Ich kann auch die Koordinaten abspeichern. Speichern. Wenn ich jetzt das Ganze resette, also auf die Startwerte zurücksetze, kann ich jetzt auf die Koordinaten wieder laden. Und habe meine ursprüngliche Grafik. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? Das Grundprogramm ist unverändert geblieben. Die Startpunkt-CPP ist absolut identisch wie beim letzten Teil. Was sich aber geändert hat, ist das Hauptfenster. Geblieben ist, dass das Hauptfenster in der Ableitung der Klasse Q-Main-Window ist. Der Konstruktor hat sich etwas geändert, komme ich gleich zu. Und es wurden zwei neue Schlüsselwörter eingeführt, nämlich Public Slots und Public Private Slots. Was ist ein Slot? Und vor allem, was ist ein Signal? Das kommt auch vor, wenn ich später in der anderen Klasse. Dazu zeige ich noch mal die GUI. Das Problem ist, das Fenster besteht jetzt aus mehreren Widgets. Ein Widget ist das Widget Menge. Das andere Widget ist für die GUI. Und beide Widgets sind getrennte Klassen. Der Datenaustausch oder die Kommunikation zwischen den Klassen hat man früher zu Windows 3.11-Zeiten mit gesherten Speicher gemacht. Was sehr viele Probleme mit sich bringt. Und auch bei modernen Systemen mit Speicherschutz in der Form auch nicht mehr machbar ist. Ohne an, ohne weiteres. Deshalb gibt es das sogenannte Slot- und Signalkonzept. Eine Klasse sendet ein sogenanntes Signal aus. Und dieses Signal kann auf eine andere Klasse gelegt werden, die dann dieses Signal empfängt in einem Slot. Und dann entsprechend darauf reagiert. Diesem Signal-Slot-Mechanismus können auch Daten, Werte und beziehungsweise Strukturen übergeben werden. Also ich kann damit zwischen mehreren Klassen und mehreren Sets untereinander Daten austauschen und kommunizieren. Dazu kommen wir aber später etwas genauer. Das ist jetzt eine Kurzfassung für die Begrifflichkeiten einzuführen. Es gibt Slots für die verschiedenen Funktionen. Unter anderem das Neuberechnen des Fraktals, das Zurücksetzen und natürlich Laden, Speichern und Speichern als PEG-Datei. Es gibt zwei neue Funktionen, nämlich Aufbau des Layouts, den Layout-Manager, also der Teil, der diese GUI aufbaut und sagt, welches Widget ist wo, wo kann ich editieren, wo nicht. Es gibt einen Aufbau des Menüs, also das Pull-Down-Menü. Dazu brauche ich einige interne Variablen. Ich brauche ein Q-Widget für das Layout. Das ist geblieben mit der alten Version. Die oberste Ebene in einem QT-Fenster ist immer ein Q-Widget. Das Q-Widget kann aufgeteilt werden danach in verschiedene Untersegmente mit Hilfe des Layout-Managers. Also das, was ich hier sehe, ist praktisch das Werk des Layout-Managers. Dem sage ich genau, welche Spaltenzeilen ist was und was. Und er kümmert sich darum, dass es entsprechend organisiert wird. Also ich muss mich um die Koordinaten in Pixeln nicht mehr selber kümmern. Ich habe, wie gesagt, meine Mandelbrotmenge. Die ist identisch geblieben mit der letzten Version. Das ist auch eine Ableitung von Q-Widget. Ich habe ein nacktes Q-Widget für den GUI-Teil. Das ist der hier. Und ich habe ein Q-Menü-Widget. Entschuldigung, Q-Bar für die Hauptleiste. Also das hier. Das ist Q-Menü-Bar. Und Q-Menü sind die einzelnen Punkte. Das ist in diesem Fall ein Q-Menü für das Dateimenü. Danach kommen die einzelnen Elemente des GUIs. In diesem Fall, das hier ist eine sogenannte Double Spin Box. Also ich kann eine Nachkommazahl mit doppelter Genauigkeit eingeben und beliebig editieren. Davon gibt es vier Stück. Es gibt also für die Koordinaten Rmax, Rmin und Imax und Imin. Ich habe eine normale Spin Box für Integer-Werte. Das ist diese hier. Für die Anzahl der Iterationen. Und ich habe zwei Q-Push-Buttons. Nämlich zum Starten und zum Resetten. Die liegen im Hauptfenster. Und das war's, was sich in der Header-Datei geändert hat. Die Cpp-Datei ist etwas komplexer. Der Konstraktor ist am Anfang identisch geblieben. Ich lege zuerst den Namen des Fensters fest. Ich sage dann, welche Window Flex ich möchte. Also sprich, in diesem Fall, ich kann sagen, dass ich das Fenster minimieren und maximieren will, so wie ich die Größe ändern kann. Ich gebe einen Startwert fest für die Größe, in diesem Fall 800x600 Pixel. Das kann zur Laufzeit beliebig geändert werden. Und ich rufe jetzt hier in meinem Konstraktor noch zwei Funktionen auf von mir. Nämlich Aufbau-Layout und Aufbau-Menü. Aufbau-Layout ist jetzt der Layout-Manager von Qt. Dieser ist relativ komplex. Es lohnt sich, da ein bisschen anzulesen. Ich mache jetzt eine kurze Beschreibung. Wie gesagt, die oberste Ebene im Fenster ist immer ein Q-Widget, das die gesamte benutzbare Fläche des Fensters anschließt. Ich mache, wie gesagt, ein neues Q-Widget. Ich nenne es Layout und setze dessen Geometrie, also dessen Ausmaße, in der gesamten Ausmessung des Fensters, also von Pixel 0,0 bis zur Breite und zur Höhe. Und setze dieses Widget als neues Zentral-Widget. Also sprich, das Widget ist jetzt der Master of the Universe. Und dann fange ich an, meinen Layout-Manager zu bearbeiten. Die Layout-Manager werden auch wie die Widgets von oben nach unten aufgearbeitet. Und ich starte mit einem sogenannten horizontalen Widget, also Q-Hey-Box-Layout. In Wirklichkeit besteht die oberste Ebene auf einem horizontalen Layout, nämlich diesen Widget mit der Mandelbrotmenge und diesen Widget mit den Konfigurationsdaten. Ich sage halt New-Halbox-Layout. Und als Papa ist, wie gesagt, das Widget-Layout angegeben, also das Haupt-Widget. Das linke, äh, das heißt, der Layout-Manager arbeitet immer von links nach rechts. Ich mache jetzt ein neues vertikales Layout. Die Klasse heißt Q-Vertical-Box-Layout. Und es enthält in diesem Fall nur ein einziges Element, nämlich die Mandelbrotmenge. Die lege ich hier an. Also ich mache mein neues Q-Box-Layout als vertikales Layout. Erzeuge meine neue Mandelbrotmenge. Das ist, wie gesagt, eine Ableitung aus Q-Widget. Und ich füge mit der Funktion AddWidget die Menge, das Widget-Menge, der Vertical-Box-Menge hinzu. Dasselbe mache ich auch in der zweiten Spalt, also in der zweiten vertikalen, horizontalen Spalt, Entschuldigung. Und zwar, ich mache jetzt ein Q-Vertical-Box-Layout. Das hier ist eine Q-Vertical-Box. Ich habe praktisch, das hier ist die Position 0,1, also 0,0 und 0,1. Das ist 1,0, 1,1, 1,2 und so weiter. Weil ich möchte bei diesem Layout praktisch eine Formatierung haben. Und darum sage ich halt, ich mache es bitte als Q-Vertical-Box. Also als, wie soll ich es übersetzen, als Raster. Dass das Ganze ein bisschen organisiert aussieht. Und die Formatierung ist, komme ich gleich zu. Wie gesagt, ich mache für die zweite Spalte des horizontalen Layouts die besagte Box. Und erstelle dann in diesem zweiten Layout eine vertikale Box. Zusätzlich, um halt meine Elemente hier aufzubekommen. Diese Box füge ich halt auch meinem... Entschuldigung, zuerst erzeuge ich natürlich die Box. Und ich stelle jetzt dafür ein neues Widget. Weil es kommt ein Kunstgriff, der bei Qt etwas ungünstig gelöst ist. Sagen wir es mal so. Und zwar, ich kann die Quit-Box selbst nicht in der Breite und Höhe beschränken. Die wird automatisch, dessen Ausmaße wird automatisch vom Layout-Manager festgelegt. Und es ist manchmal ein bisschen störend. Und der Kunstgriff besteht darin, wenn ich möchte, dass die Quit-Box in der Größe fixiert ist, dass ich diese in einen Q-Widget einsperre. Das Q-Widget kann ich festlegen, wie groß es maximal werden darf. Und in diesem Fall fixiere ich ein Widget in einer festen Breite. Nämlich ein Viertel der Breite des Start-Windows. Das ist in dem Fall jetzt ein gesunder Wert. Das Ganze hier ist ein Viertel der Breite des Gesamtfensters. Oder anders ausgedrückt, die Menge nimmt ein Drittel der Breite ein. Und ein Viertel ist die Konfiguration. Und praktisch unterhalb dieser Quit-Box ist noch ein Widget. Das Widget selbst ist unsichtbar, dient aber jetzt als Größenbegrenzung für die Q-Quit-Box. Das Ganze wird ebenfalls wieder hinzugefügt. Und jetzt werden die einzelnen Elemente angelegt. Ich lege, wie gesagt, in meinem Fake-Q-Widget, wie gesagt, den gebe ich mit Z-Layout jetzt die Quit-Box als neues Layout. Füge dann jetzt dem Haupt-Layout, nämlich der horizontalen Box, die beiden Layouts zu. Also zuerst die Menge. Und dann, wie gesagt, die Konfigurationsdatei. Wenn ich das jetzt als Beispiel, wenn ich das Ganze jetzt umdrehe, also zum Beispiel, ich ändere jetzt nur die Reihenfolge. Dann sehe ich, dass, da ich jetzt die Konfiguration zuerst hinzugefügt habe, ist diese links. Und auf der rechten Seite ist jetzt die Mandelbrotmenge. Beim Hinzufügen ist immer die Reihenfolge des Hinzufügens entscheidend. So, und jetzt geht es um den Aufbau der Q-Quit-Box selbst. Ich brauche eine Hilfsvariable für die Zeilen. Moment, ich muss gerade erst was trinken. Und zwar das Konzept ist immer derselbe. Ich hole eine Hilfsvariable für die Zeilen, setze diese auf 0 und fange jetzt an, von oben nach unten die Box aufzubauen. Das heißt, meine oberste Zeile in der Box ist zuerst der Text Rmax, Doppelpunkt. Das ist diese Zeile. Und der Text selbst steht in einem sogenannten Q-Label. Und dieser Text wird hinzugefügt als Widget. Allerdings, ich habe mehrere Argumente, nämlich zum einen. Das erste Argument ist das Widget selbst. Also in diesem Fall das New Q-Label irgendwas. Das zweite Argument ist die Zeile, in der es steht. In diesem Fall ist die Zeile 0. Und das dritte Argument ist die Spalte, in der es steht in diesem Fall auch 0. Also das hier ist die Zeile. Das ist die erste Spalte. Das ist die zweite Spalte. Und in der zweiten Spalte steht, wie gesagt, eine Q-Double-Spinbox. Also Eingabe einer Fließkommazahl mit doppelter Genauigkeit. Nachdem ich das der Q-Kit-Box hinzugefügt habe, erhöhe ich den Zeilenzähler um 1, weil ich bin jetzt in den nächsten Zeiler. Dann mache ich dann dasselbe für Rmin. Nehme zuerst meinen Q-Double-Spinbox. Setze, wie gesagt, nochmal den Inhalt des Wertes. Das habe ich gerade, glaube ich, vergessen zu erklären. Wenn ich eine Double-Spinbox oder Spinbox allgemein anlege, ist der Startwert natürlich 0. Und mit der Funktion SetValue kann ich den Startwert festlegen. In diesem Fall hole ich aus meiner Mandelbrotmenge die entsprechenden Koordinaten. Also in diesem Fall halt Rmax, Rmin und so weiter. Tue diese auch nach dem selben Konzept der Spinbox, Entschuldigung, der Quitbox hinzufügen. Dasselbe mache ich auch für Imax und Imin. Dann kommt der Iterationszähler. Das Prinzip ist identisch, aber ich nehme jetzt eine Q-Spinbox und keine Double-Spinbox. Wo ist der Unterschied? Q-Spinbox arbeitet mit Integer-Werten. Und man sieht hier, ich habe eine Trennlinie. Diese Trennlinie wird hier angelegt. Das ist ein sogenanntes Q-Frame. Und zwar mit zwei speziellen Properties, nämlich wie ist der Rahmen ausgelegt. In diesem Fall sage ich, ich habe eine horizontale Linie. Und als Argument auch, ich habe einen Schatten, nämlich einen Pseudo-3D-Schatten. Das sieht man auch, wenn man die Grafik vergrößert, dass hier ein Pseudo-Schatten ist. Und jetzt ändert sich jetzt hier auch beim hinzufügen des Trenners, dass ich hier bei dem Add-Widget ein anderes, mehrere Argumente zum Aufrufen habe, nämlich neben dem Q-Widget, Zeile, Spalte, gibt es jetzt auch die Möglichkeit, eine Höhe und eine Breite festzulegen. Nämlich das Q, die Trennbox geht nämlich durchgehend. Also ich habe hier eine Breite von zwei und eine Höhe von einem Element. Und als nächstes kommt der Q-Push-Button für Start und der Q-Push-Button für Reset der Werte. Das Ganze ist aus der Klasse Q-Push-Button. Das Hinzufügen ist identisch. Ich nehme halt wie gesagt das Widget, die Zeile, die Spalte und in diesem Fall auch wieder die Höhe und die Breite. Also beide Elemente gehen über die gesamte Breite der Quid-Box. Und noch eine kleine Besonderheit. Hier ist jetzt noch ein letztes Element, das ist aber unsichtbar. Normalerweise tut Qt die Elemente aufteilen auf die Höhe und die Breite und tut sie dynamisch anpassen. Wenn ich jetzt das letzte Q-Frame auskommentiere, sieht es jetzt so aus. Dass nämlich alle Elemente jetzt gleichmäßig verteilt werden in der Höhe und sich auch ändern, wenn ich das Fenster ändere. Damit das nicht passiert, wird wie gesagt ein Q-Frame auf der gesamten verbleibenden Breite hinzugefügt. Das Q-Frame ist in diesem Fall unsichtbar, sorgt aber dafür, dass der obere Teil schön zentriert ist und unten ist halt Luft, sprich ist nichts. Aber ich kann jetzt das Fenster beliebig vergrößern und es ändert sich keine Position der Elemente. Zum Schluss setze ich das Layout und sage jetzt im Hauptwidget die erstellte Horizontalbox ist jetzt ein oberstes Layout und diese enthält alle Unterelemente und Qt kümmert sich darum, dass dies jetzt gescheit dargestellt wird. Dann kommt jetzt der nächste Punkt, nämlich wie sage ich dem System, wenn der User das und das anklickt, welche Funktion soll ausgeführt werden. Das Zauberbau ist in diesem Fall die Funktion die Funktion Connect. Connect ist etwas komplex, lohnt sich auch sich darin einzulesen. Die Kurzfassung ist, ich sage, wenn im Widget X das Signal Y auftritt, sendet dies an das Widget Z in den Slot Z1 als Beispiel. In diesem Fall habe ich jetzt hier zum Beispiel die Mandelbrotmenge oder das Widget und wenn ich jetzt innerhalb der Menge die Koordinaten aktualisiere, indem ich zum Beispiel mit einem Doppelklick reinzoome, dann muss hier das Ganze aktualisiert werden. Das Problem ist aber, das Hauptfenster weiß nicht, dass ich hier reingeklickt habe. Das heißt, die Mandelbrotmenge sendet jetzt ein Signal, nämlich das Signal Werte aktualisieren Signal. Das hier und das wird verbunden mit dem Ziel, die SIS ist in diesem Fall bin immer ich selbst, das ist die Funktion, in der ich gerade bin, die Klasse, in der ich gerade bin und das Ziel ist der Slot Werte aktualisieren Slot. Also sobald die Mandelbrotmenge das Signal aussendet, Werte aktualisieren Signal, kriegt der GUI-Teil das Signal in den Slot Werte aktualisieren Slot. Dasselbe auch bei den beiden Cube Push Buttons, nämlich Start und Reset. In diesem Fall nutze ich vorgegebene Signale, nämlich Clicket. Das heißt, sobald ich ein Cube Push Button anklicke, wird das Signal Clicket ausgesendet und das landet dann im Hauptfenster im Slot Reset. Ein ähnliches Konzept ist es auch bei den Menüs. Ich erzeuge zuerst ein neues Menü, nämlich dieses Q-Menü-Bar. Also Q-Menü-Bar ist das hier. Ich lege einen neuen Menü-Punkt an, nämlich in diesem Fall das Dateimenü. Also das hier. Das ist ein Q-Menü. Q-Menü wird hinzugefügt zur, also der Papa von Q-Menü ist Menüleiste, also die Q-Menü-Bar bekommt den Titel Datei. Das hier ist der Titel und enthält diese Elemente. Nämlich alles zurücksetzen als PNG speichern, Koordinaten laden, Koordinaten speichern und beenden. Sowie einige Separatoren, das hier sind die Separatoren, wo ich Menü-Punkte trennen kann optisch. das Konzept ist ähnlich wie bei dem Connect. Ich habe als Argumente Sys, also das Ziel ist ich selbst und gehe dann in den Slot, in diesem Fall Reset Slot, beziehungsweise Bild speichern, Slot, Koordinaten laden, Slot und Koordinaten speichern, Slot, beziehungsweise die Qt internen Slot-Funktion, nämlich Close. Close ist ein Slot für das Fenster und das sagt beende dich. Zusätzlich kann ich auch angeben, welchen Shortcut benutzt werden soll. In diesem Fall beim Zurücksetzen zum Beispiel ist es Kommando R laden ist Kommando L Kommando S zum Speichern Kommando P zum Speichern als PNG. Dazu kleine Anmerkung bei Windows und Linux ist die Kontroll-Taste gemeint. Beim Mac wird automatisch die Kommand-Taste daraus gemacht. Das Ganze wie gesagt wird dann mit Add-Menü dem Menüleister hinzugefügt und mit Set-Menü-Bar dann dem Fenster bekannt gegeben es gibt eine neue Menüleiste. Jetzt kommen zum Werte aktualisieren Slot Dazu muss ich jetzt noch einen kleinen Ausflug machen nämlich in die Klasse Mandelbrot Die hat sich auch etwas geändert inhaltlich nicht aber es gibt einige neue Funktionen nämlich es gibt jetzt sogenannte Getter und Setter Was ist das Problem oder was ist die Problem Stellung Früher hat man alle Variablen die ich in einer Klasse definiert habe meistens als öffentliche Variablen also Public freigegeben um von anderen Klassen daraus zugreifen zu können Das ist zwar schnell wird teilweise bei Embedded Systemen auch heute noch so gemacht weil man sich etwas Code und Rechenzeit sparen will hat aber einen Nachteil dass man halt schnell und unüberlegt Werte ändern kann die man vielleicht nicht hätte ändern sollen und es wird vielleicht auch keine Prüfung gemacht ob Werte die ich schreibe Sinn machen und das ist der Grund weshalb es eine Setter Funktion gibt ich habe dann die Möglichkeit Werte die ich schreibe auf Blause Limitär zu prüfen und ich kann sagen es passt oder es passt nicht sprich ich kann einen Fehlercode zurückgeben ob den Wert den ich gesetzt habe Sinn macht in meinem Beispiel wird diese Funktion so nicht benutzt also ich mache keine Prüfung ob die Koordinaten die gesetzt werden auch wirklich Sinn machen es ist aber sinnvoll dies zu tun bei komplexeren Problemen man soll sich auch die Zeit nehmen allgemein beim programmieren Fehlercodes sind nicht dazu da dass sie schon in der Vitrine aussehen sondern dazu da dass man sie auch auswertet und auch dann nutzt dasselbe gilt auch für die getter Funktionen wenn ich eine Variable möchte frage ich die Klasse gib mir den Inhalt der Variable so und so da gibt es wie gesagt die getter Funktion für alle Parameter Entschuldigung für alle Koordinaten und es gibt die setter Funktionen und in der Mandelbrotmenge also in der Budget Mandelbrot gibt es dann auch das Signal nämlich Werte aktualisieren das dann die Mandelbrotmenge auswirft wenn sich die Koordinaten geändert haben sprich wenn der User mit Doppelklick reinklickt da kommen wir gleich noch dazu wenn es um die Mandelbrotmenge selbst geht das war jetzt nur die Erklärung was ist ein getter was ist ein setter ich bekomme hier praktisch jetzt meine Werte und bei den Spinboxen habe ich die Möglichkeit mit set value den Wert zu ändern in diesem Fall mache ich zum Beispiel R min set value den Inhalt von rmin bei rmax dasselbe und so weiter dasselbe auch für den Imaginär Teil und natürlich auch für die Iterationen wenn jetzt der Benutzer klickt auf Start macht eine Neuberechnung muss ich natürlich zuerst den Inhalt der Koordinaten und Interationstiefe auslesen weil der User kann es natürlich geändert haben dass es die gegenteilige Funktion nämlich jetzt habe ich hier meinen Setter und ich nehme aus der Q Double Spinbox mit der Funktion Value den Inhalt des aktuellen Feldes also bei rmax wäre es jetzt hier zum Beispiel 2 rmin wäre minus 1 und so weiter i max 1,5 und so weiter Iterationstiefe 256 anschließend starte ich eine Neuberechnung und das mache ich relativ einfach indem ich einfach sage Update Update ist ein Slot von der Q Widget und sagt nichts anderes zeichne dich neu und wenn ich den Update aufrufe auf dem obersten Widget heißt das dass alle Unter Widgets automatisch mit neu gezeichnet werden da gibt es den Reset Slot wenn ich den Reset Button drücke dann rufe ich jetzt endlich die Initialisierungs Funktion auf die die ganze Zeit schon brach in der Klasse gelegen hat die macht nichts anderes als alle Werte wieder auf sinnvolle Werte zurückzusetzen die wird sonst nur einmalig aufgerufen im Konstruktor der Mandelbrot Klasse kommen wir auch gleich noch mit dazu dann gibt es ich rufe meinen eigenen Slot auf nämlich Werte aktualisieren der ich normalerweise nur dann aufgerufen wird wenn ich rein zoome der Zweck ist ganz einfach dass einfach die GUI wieder aktualisiert wird und ich rufe dann meinen Slot auf die neue Berechnung nämlich das was ich aufrufe wenn ich auf Start klicke so jetzt wird es ein bisschen komplexer nämlich was passiert wenn ich ein Bild speichern möchte Qt ist in diesem Punkt relativ flexibel da schon sehr viele Funktionen vorgegeben werden wenn ich ein Bild speichern möchte kriege ich zuerst einen Dialog gezeigt wo ich eine Datei speichern möchte und dieser Dialog ist die Funktion QFile Dialog aus der Klasse Entschuldigung aus der Klasse QFile Dialog und die Funktion selbst heißt Get Save Fail Name warum Save weil ich jetzt irgendwas speichern möchte und der Aufruf ist relativ einfach zu welchem Budget gehört die Funktion also wer ist der Papa der Titel des Fensters in diesem Fall Bild speichern Vorgabe für den Dateiname in diesem Fall Fraktal Punkt PNG jetzt die eine Festlegung welche Dateitypen angezeigt werden sollen in diesem Fall sage ich nur PNG Bilder oder alle Dateien auf Sternchen Punkt Sternchen und zurück bekomme ich entweder einen sogenannten QString das ist die QT interne Klasse für Zeichenketten aller Art und ich prüfe ob die Dateiname leer ist also ist empty wenn der Dateiname leer ist hat der Benutzer entweder abgebrochen oder es wurde keine Dateiname gewährt in diesem Fall gehe ich kommentarlos mit Return zurück wenn Dateiname nicht leer ist gehe ich davon aus dass ein sinnvoller Dateiname gewählt wurde und ich nutze jetzt eine Funktion aus dem QWidget nämlich QWidget QWidget das ist die QWidget Funktion macht nichts anderes als ein Screenshot des QWidgets und gebe diesen zurück als sogenannte QPixMap also als Bitmap Grafik ich prüfe ob die Grafik zurück also eine sinnvolle Grafik zurückgegeben worden ist sollte ich einen Nullpointer bekommen Entschuldigung das war ich gerade bürzen was ich erzählt habe ich kriege natürlich keinen Nullpointer da hätte schon das System vorher gemeckert ich kriege natürlich einen Return Code wenn ich die Grafik speichere ist es gespeichert worden der die Funktion in QPixMap ist Save nämlich Dateiname und Format in diesem Fall PNG und die Antwort ist mir wie immer mit entweder Null es ist ein Fehler aufgetreten oder irgendwas ungleich Null das ist ein Status Code in diesem Fall prüfe ich halt auf Null und wenn Null zurückkommt gebe ich eine Fehlermeldung aus es ist ein Fehler aufgetreten das ist der Titel und der String ist ein Fehler beim Speichern der Datei ein Dateiname aufgetreten wie das Ganze in der Praxis aussieht kann ich mal kurz demonstrieren ich wähle jetzt einen Ort an in dem ich jetzt standardmäßig keine Schreibrechte habe und jetzt kriege ich eine Fehlermeldung es ist ein Fehler beim Speichern der Datei blablabla aufgetreten ok QMessagebox ist eine Standardfunktion von Qt zur Ausgabe von einfachen Meldungen meistens für kritische Fehlermeldungen und das ist eine Erweiterung von QString ich kann auch mehrere Argumente übergeben in diesem Fall habe ich nur ein Argument nämlich %1 das ist das erste Argument und das erste Argument fülle ich mit dem arg in diesem Fall wird nur der Dateiname übergeben und ich kann QMessage auch sagen gibt mir mehrere Optionen nämlich unter anderem auch nur ok oder das berühmte wieder versuchen abbrechen und irgendwas dasselbe mache ich auch beim Speichern Slot für die Koordinaten das ist derselbe Dialog aber mit dem Unterschied dass jetzt eine Datei gespeichert wird und zwar die Werte selbst werden gestreamt das heißt die Werte werden am Stück reingespeichert ohne Header so praktisch so wie sie im Speicher stehen und damit das beim Auslesen wieder vernünftig funktioniert wird festgegeben mit welcher Version von Qt gespeichert wurde das Prinzip ist ganz einfach ich habe das Q-File das ist meine Datei die ich speichern möchte ich setze über set file die Datei und sage dann open gebe aber als Argumente mit ich möchte gerne lese Schreibzugriff auf die Datei und sollte diese Datei schon bestehen wird sie gelöscht also auf 0 byte gesetzt wenn ich irgendwas ungleich 0 zurückbekomme ist die Datei geöffnet also ich habe Schreibzugriff sollte es nicht der Fall sein also sprich an 0 zurückkommen heißt dass die Datei wurde nicht geöffnet dann gebe ich entsprechend die Fehlermeldung aus es ist dieselbe wie vorher und wenn die Datei geöffnet wurde mache ich einen neuen Stream und sage ich habe Little Indian also das CPU Format das Zahlen Format der Intel CPU und ich möchte das im Format speichern von Qt 4.8 also ist jetzt die älteste Version von Qt die dieses Programm unterstützt und dann schreibe ich im Prinzip die Werte so wie ich sie gerne hätte in diese Datei über den Stream Operator und am Schluss schließe Datei was natürlich jetzt auffällt ich mache keine Fehler Abfrage ob das Schreiben auch wirklich erfolgt ist das ist ein Demo Programm es ist in der realen Welt natürlich ist es schlechter Stil weil man sollte immer prüfen sind die Werte die ich geschrieben habe auch wirklich geschrieben wurden also sprich bitte die Return Codes des Betriebssystems abfragen und prüfen hat es funktioniert was ich gemacht habe dasselbe auch dann beim lesen hier nehme ich aber ein Open File Dialog weil ich jetzt eine Datei zum lesen öffnen möchte also nicht ich möchte keinen Schreibzug sondern ich möchte lesen die Funktion die Aufrufe sind identisch außer dass ich beim öffnen der Datei diese Datei jetzt nur als read on d öffne das heißt mich interessiert nicht ob ich Schreibzugriff habe ich will sie nur lesen auch dasselbe ich tue den Stream definieren ich habe dich geschrieben als little end und und mindestens qt 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 8 als Format und lese jetzt die Werte so aus wie ich sie geschrieben habe auch wieder über den Stream Operator rückwärts sprich aus aus der Datei in die Variable und da ich den Stream Operator nicht in einem Setter benutzen kann nehme ich hierfür jetzt eine Hilfsvariable kurzzeitig qr und qi nämlich für die temporären Wheel Werte und die temporären Integer Werte auch hier gilt bitte auch Fehler kurz abfragen ob das Lesen funktioniert hat wenn das Ganze geklappt hat rufe ich einen internen Slot auf neue Berechnung das natürlich dann die geladenen Werte natürlich berechnet werden und natürlich auch dann die GUI entsprechend angepasst wird so das war jetzt die Klasse für das Hauptfenster jetzt gibt es noch die Änderungen in der Mandelbrotmenge im Konstruktor gibt es eigentlich nur einen zusätzlichen Punkt nämlich Setcursor wie man sieht wenn ich innerhalb der Mandelbrotmenge bin ist der Cursor ein Fadenkreuz weil ich jetzt rein zoomen will wenn ich im Editor bin aber es ist der normale Mauszeiger Setcursor gibt einem QWidget einen eigenen Mauscursor der dann aktiv ist wenn sich der Mauszeiger auch dann wirklich überhaupt des Widgets befindet in diesem Fall nehme ich den Crosscursor es gibt bei Qt diverse Vorgaben der Destraktor ist immer noch leer weil es gibt nichts die Initialisierungsfunktion ist auch identisch mit der vorigen Varianten und jetzt kommen die eigentlichen Getter Funktionen die machen in diesem Fall nichts anderes als die entsprechenden Variablen die ja als Private deklariert sind entsprechend den Wert zurückzugeben Prüfungen verspare ich mir in diesem Fall dasselbe auch bei den Setter Funktionen die schreiben dann die Werte die empfangen werden dann direkt ohne weitere Prüfung in die Variablen die Berechnung der Mandelbrotmenge selbst ist identisch mit dem vierten Teil da hat sich nichts geändert ich bitte dann im vierten Teil nochmal nachzuhören oder nachzuschauen dort wird es diese Funktion sehr genau erklärt auch wie die Berechnung erfolgt dasselbe gilt auch für wie ich die Farbe eines Iterations Punktes bestimme das Paint Event hat sich jetzt geändert nicht ganz und zwar in der vorigen Version hatte ich ja beim Paint Event das Q-Widget noch separat angegeben da jetzt aber die Mandelbrotmenge selbst das Q-Widget ist als Ableitung kann natürlich dieses Argument verfallen weil weil ich bin es selbst sprich das Q-Widget Mandelbrot ist ein Q-Widget und kann es somit selbst zeichnen also wenn ich Paint Event ist das Paint Event wird aufgerufen wenn ein Widget neu gezeichnet werden muss also sich irgendwas außerhalb geändert hat und das System sagt male dich neu wenn das Event kommt muss ich einen Painter anfordern also sprich eine abstrakte Ausführung meiner Grafik weil ich ja keine direkten Zugriffe mache auf die Grafik Hardware wie bei alten System sondern ich schreibe auf einen virtuellen praktischen virtuellen äh 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 soll ich sagen eine virtuelle Grafikdatei und da kann ich mich beliebig austoben und der Painter setzt das was ich gesagt habe dann so um wie es die aktuelle Hardware versteht und da gebe ich auch wieder ein Signal ich sage ich fange jetzt an zu zeichnen mache irgendwas und ich bin fertig mit dem zeichnen und das ich mache irgendwas ist wie gesagt die besagte berechnung der Mandelbrotmenge und jetzt kommt noch als neue Funktion hinzu nämlich das Double Click Event sprich wenn ich in die Mandelbrotmenge jetzt mit dem Mauszeiger doppelt irgendwo reinklicke gibt mir das System eine Nachricht der User hat auf die und die Koordinaten doppelt geklickt damit berechne ich jetzt die neuen Koordinaten dafür brauche ich einige Hilfs Variablen nämlich unter anderem xy das ist die Koordinate Moment muss sind zwischen 33 Grad außerhalb Entschuldigung ich habe eine xy Koordinate ich kriege über das Message die Message die Position der Maus nämlich als x und y Koordinate Koordinate die Position ist immer relativ zu meinem Widget und jetzt muss ich natürlich zuerst berechnen welche Koordinate entspricht dieser Maus Position ich nutze dafür hier denselben Code wie bei der Mandelbrotmenge ich berechne berechne zuerst wie groß ist meine Schrittweite für die Spaltung für die Zeile also wo bin ich auf der x-Achse wo auf der y-Achse und die Variablen r und i ist jeweils dann der Realteil und der Imaginärteil nämlich einfach der das x-Fache vom Schritt auf der Spalte also beziehungsweise das y-Fache von der Zeile und jetzt muss ich berechnen wie weit muss ich reinzoomen und zwar mein Zoom Faktor ist 50 also wenn ich irgendwo reinzoome versucht das System 50% der Umgebung des Mauszeigers ist der Mittelpunkt dort wird praktisch ein virtuelles Rechteck gezogen das 50% der Ausmaße des Fensters hat und damit das optisch auch schön aussieht werde ich das Bildverhältnis berechnen nämlich Breite durch Höhe mit Kehrwert und sage dann da ich ein Rechteck da oben haben will wie breit ist das Fenster mal den Zoom Faktor also mal 0,5 in diesem Fall geteilt durch 2 wieso geteilt durch 2 weil ich ja den Mauszeiger als Mittelpunkt habe und das Rechteck natürlich gleich hoch wie breit um diesen Mauszeiger gelegt wird dann berechne ich entsprechend dann die Koordinate für Min und R Max was dann natürlich R ist minus die Breite und R plus die Breite dasselbe mache ich auch für die Höhe aber ich multipliziere zuerst den den Faktor mit meinem Bild mit meinem Bildverhältnis um halt die Höhe identisch zu haben wie das Bildverhältnis des Fensters also dass aus der Mandelbrotmenge kein Mandelbrot Ei wird auch hier wieder dasselbe mein I ist mein Mittelpunkt minus die Höhe und plus die Höhe dann kommt jetzt der Moment der Wahrheit jetzt mache ich ein Image das heißt dass ich jetzt der anderen Klasse also sprich meinem Hauptfenster sage ich habe irgendwas geändert ich freie praktisch nach draußen Werte aktualisieren Signal das wird durch die Connect Anweisung die wir vorhin gesehen haben nämlich diese hier also meine Brotmenge ist er hier der sagt jetzt Signal aktualisieren das kommt jetzt in dem Hauptfenster an in der Funktion Werte aktualisieren die sich dann darum kümmert dass die Werte die die jetzt hier geändert habe hier angezeigt werden sprich im Fenster und das war eigentlich schon die gesamte das war der gesamte Zauber das einzige was noch hinzugekommen ist ich habe zwei Ableitungen gemacht nämlich von Q Double Spinbox und Q Spinbox wieso habe ich Ableitungen gemacht weil ich bereits einige Werte voraussetzen möchte dass ich bei der beim Anlegen diese Werte immer als Standard Werte habe nämlich das ist der Sinnform Konstruktor dass ich bereits Vorgaben machen kann nämlich das Element ist aktiv also ich kann damit rumspielen mein Maximalwert ist 2 der Minimalwert ist minus 2 Anzahl der Dezimalstellen ist 8 und die Spritweite ist 0,1 ich brauche hier nochmal ein Reset dass die Zahl nicht so groß wird wenn ich jetzt hier plus minus sage sieht man ich kann um 0,1 erhöhen und erniedrigen das ist hier Single Step und ich kann keine Werte eingeben wenn ich jetzt hier 3 eingebe dann hört das klicken der Tastatur es passiert nichts jetzt wenn ich 2 drücke wird es akzeptiert wenn ich jetzt versuche höhere werte als 2 einzugeben dann höre ich die Tastatur passiert nichts wenn ich aber sage zum Beispiel 1,9 ist kein Problem wenn ich versuche jetzt irgendwelche Buchstaben einzugeben passiert auch nichts weil die Spinboxen nehmen nur Zahlen an dasselbe auch für die Q Spinbox das dasselbe wie die Q Double Spinbox aber für Integer Zahlen das heißt ich habe hier nur meinen Maximalwert und meinen Minimalwert und den Schritt zu Schritt weiter Schritt weiter ist 1 und Minimalwert ist 10 wenn ich jetzt zum Beispiel das Ganze mit 10 mache also 10 Iterationen ist die Grafik sehr dunkel weil natürlich nach 10 Iterationsschritten ist noch relativ wenig zu sehen mit 15 auch noch nichts 20 30 also guten morgen ich habe ja meine Koordinaten geändert und bin jetzt nicht irgendwo im Nirvana das heißt ich resette mich komplett und mache jetzt das Ganze mit 10 und das sieht man die Mandelbrotmenge ist jetzt natürlich nur als schematisch zu sehen weil natürlich nach 10 Punkten 10 Iterationstiefen noch relativ wenig zu sehen ist 15 wird schon ein bisschen detaillierter 25 und so weiter man sieht schon um was es geht aber die Details sehe ich noch nicht und wenn ich rein zoome ist natürlich jetzt wenig bis gar nichts zu sehen wenn ich jetzt wie gesagt so 128 wird schon detaillierter so was fehlt fehlen tut von Funktionen überhaupt nichts was allerdings noch ungünstig ist die Mandelbrotmenge selbst wird direkt im Paint Händler geschrieben und berechnet was natürlich dazu führt dass wenn ich das Fenster vergrößere man sieht eine Verzögerung die Verzögerung liegt daran dass natürlich jetzt bei jedem Pixel die ich das Fenster verschiebe der Event Händler neu aufgerufen wird und jetzt natürlich entsprechende Rechenzeit benötigt es wäre sinnvoller die Mandelbrotmenge außerhalb des Fensters zu berechnen als außerhalb des Paint Events zu berechnen weil ja die Mandelbrotmenge konstant bleibt solange ich nicht die Koordinaten ändere also dass wenn ich die Mandelbrotmenge ändere und das Fenster ändere praktisch immer eine Kopie der schon bereits berechneten Mandelbrotmenge hinzugefügt wird was fehlt sonst noch ich habe ja eben schon beim ersten Teil glaube ich schon versprochen dass ich mich noch zum Thema Fließkommazahlen äußere wie diese aufgebaut sind und was die Faltstricke sind das wird im sechsten Teil also dem nächsten Teil passieren wo ich dann ein bisschen mehr zu den internen Assager ansonsten der Quellcode ist wie gesagt in der Videobeschreibung verlinkt und ich wünsche viel Spaß beim Experimentieren falsch machen kann man nicht viel und bis zum nächsten Mal